Hier ist das Seaside College Radio. Bei mir sind die Ain't Rights aus Washington, D.C. Und? Arbeitet ihr an irgendwas Neuem? Es sind sechs Mäuse für jeden. Ich kann euch einen ordentlichen Gickler machen. Ladies and Gentlemen, wir sind die Ain't Rights. Entschuldigt, Leute. Ruf die Bullen. Hier gab's eine Messerschlägerei. Los, halt los. Ihr dürft uns hier nicht festhalten, Mann. Wir halten euch nicht fest, ihr geht nur noch nicht. Wir sind sowas von tot. Was sollen wir tun? Sie kommen. Ich hoffe, ihr schätzt die Situation richtig ein. Da verschanzt sich eine fremde Band mit einer unregistrierten Schusswaffe. Was zur Hölle soll ich da machen? Halt ist es vorbei, Freunde. Lass ihn bluten. Ich will hier nicht sterben. Dann lass es. Schön aufpassen. Schön aufpassen. Ich will hier nicht. Ich will hier nicht sterben. Vielen Dank.